Hallihallo, Hallöchen meine Lieben Freien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Urgenzie 4 Mods. Wir sind zurück in Lieberfelde und haben hier schon einen Rettungsdiensteinsatz. Vorne, hinten, da riecht er. Was hat er? Apoplex, ein kleiner Schlaganfall. So, Rettungsdienste ist auf dem Weg. Wache 1 auf die 1, Wache 3, so, auf die 5 und Wache 4, hier oben die hier, auf die 6. So, du sollst immer als Mitfeuer ausrücken, du sollst auch Mitfeuer ausrücken. Rettungsdienste ist da. Abruf sie. Hol dir deinen Rucksack. Wenn wir schon mal eine Trage holen, reicht. Das Segway habe ich an der letzten Folge schon gezeigt. Wer es sehen will, guckt sich die letzte Folge an. So, hier. Fahrzeug 740, hört. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Oh, ups, das wollte ich nicht, das war ausgesehen. Hier oben könnte man ja bei Löschereinsatz auch so machen und so. Ach, das wollte ich nicht. Naja, halb so wild. Gucken wir uns das mal an. Könnte eigentlich auch unter PA, oder? Ja, passt schon. Gut. Das war ungewollt. So, kümmern wir uns mal um unseren Schlaganfall. Was sagst du? Sieht gut aus. Kann schon in den Rettungswang. Du steigst schon mal ein. Und ihr steigt da ein. Zack, zack. Erstmal. So. Und Abfahrt. Wieso fahren die jetzt? Nein, das hat sich krank. Das ist einfach dafür besser. Lululala. So. Eine kleine... Das hier wird jetzt eine kleine Folge zwischendurch. Ich werde, ähm... Donnerstag wird keine Folge kommen. Es tut mir sehr leid. Es tut mir echt sehr leid. Das war so auch nicht geplant. Aber ich habe heute einfach keine Zeit, noch eine, also diese Folge und noch eine aufzunehmen. Ähm... Habe ich leider keine Zeit für. Weil ich mal gleich weiter muss. Bin nur kurz zu Hause, nehm Auflad hoch. Und dann fahre ich schon wieder weiter. Ich muss, habe ja jetzt Schule und bin wieder regelmäßig im Wohnheim. Und naja. So. Wir wollen... Ich wollte mal gucken, was es noch so für Einsätze gibt. Fahrzeug 24. Krankentransport. Mord. Zufälliges Feuer. Zufälliges Feuer würde ich gut finden. Ruhestür... Ich habe nichts gemacht. Oh, das ist Mobbing. Ja, toll. Wie soll ich denn da rankommen? Leckt mir doch eine Posch. So. Löscht Zug. Alarmieren. Und wache drei von hier aus. Fahrzeug 19. Egal. Hey, die können auch von hier hinten ran. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Die können von hier hinten ran. Das ist ja cool. So. Du fährst nach... Oh, da. Du nach... Hier. Versuch mal da durchzukommen. Die Drehleiter bleibt erstmal da stehen. Und ihr beide... nach hier. So, die drei müsste auch kommen. Feuergebäude. Ich brauche unbedingt welche unter PA. Passt. Absetzen. So. Ihr beide direkt... Nicht ins Gebäude vor. Das ist gut. Könnt euch direkt Schlauch holen. Dann brauchen wir noch zwei Schlauche. Du kannst ja auch nochmal ein PA-Gerät nehmen. So. Und du an den ran. Ne, warte mal. Du... Äh, stopp. An den ran. Ihr beide rennt mal nach hier. Du koppelst an den. Die müssen ja außen rum rennen. Alter Schwede. So. TLF schon mal einmal bitte nach hier. Blocken. Die drei müsste dann auch gleich da sein. Höre. So. Warte mal. Du. Guck jetzt an den an. Toll. Jetzt rennt er außen rum. Oh man. Ja los. Ich brauche Wasser. Wasser. Rennen. Ja. Sehr geil. Wo ist jetzt das... So ein Held. Wo ist denn jetzt mein... Komm zurück. Komm zurück, du Held. Die drei ist da. Sehr schön. Drei. Du nach hier. Okay. 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 Du musst nach hier. Ich glaube da muss ich mit Pendelverkehr arbeiten. Na mal sehen. So. Jetzt als erstes mal... Verteiler in die Auffahrt. Erstes. Zweites Rohr. Wasser im Arsch. So. Hau durch. Guck jetzt auch da an. Du gehst mir nach da. Du gehst in den Garten vor. Du löscht bitte da hinten. So dass wir hier schon mal die Ausbreitung verhindern. So. Absitzen. Absitzen. Zweimann unter PA. Ich brauche hier noch Schlauch. Unbedingt. So. Hier dreimann unter PA. Ach ja. Das ist doch ein schönes Feuerchen hier. Gefällt mir, muss ich sagen. Auf dem Weg. Schlauch. So. Du an den ran. Nach da. Ich brauche hier auf jeden Fall noch... So weit wie es geht nach da. Ich brauche hier noch Wasser. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich Wasser her? Mal sehen. Vielleicht auch durchs TLF, dass ich den mit dem TLF Pendelverkehr mache. Ich glaube darauf wird es hinauslaufen. So, du kannst den schon mal starten. So, du schützt. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Hat er sicher nicht noch einer unter PA? Nee. Noch einer unter PA bitte. So. Du an den. Du an den. Ihr drei holt euch Schlauch. Du gehst vor nach da. Den kuppelst an den an. Du nach hier. Und ja. Du legst deinen Verteiler. Damit haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen schönen Brand bekämpft. So, du. An die Daraner. Kannst die Pumpe starten. Und noch da. Durchs hier und durchs nach vier. So, jetzt brauche ich aber das TLF. Am besten mache ich das mit beiden. Kommst du jetzt nach hier oder was? Das ist ja gut. Das Wasser kommt. So, absetzen. Durchs hier einen Schlauch. Oh, ist ganz schön laut hier. Ich darf nicht vergessen, das nachher in der Aufnahme, äh, äh, beim Schneiden leiser zu machen. Das darf ich um Gottes Willen nicht vergessen. So, Drehlade kann eigentlich wieder einrechnen oder was? Echt schönes Feuer. Ich bin hier. Okay, dann. So. Schick. Das Haus haben wir gerettet. Der pumpt sein Wasser über, würde ich sagen. So, ich weiß nicht. Achso, warte mal. Ich muss jetzt natürlich auch noch starten, wie die Pumpe. Und Punkte hier gar nichts sind. 400. Ah, sehr schön. Funktioniert. Sehr schön. Somit macht der natürlich seinen Wassertank ein bisschen leerer, aber das macht ja nichts. Gut. Geschafft. Ganz geschafft. Geil. Kurzes Feuerchen zwischen durch. Ich wollte euch... Ja, und den Rettungsdienst-Einsatz-Facher auch noch. Ja, ist in Ordnung. So, ich rücke mal mit dem LAF aus. Weil ich davon ausgehe, dass die Tür verschlossen sein wird. Ich mache jetzt auch Einsatz-Stop. Weil mehr will ich heute in dieser Folge gar nicht machen. Ich wollte euch eigentlich bloß sagen, dass heute das ein bisschen später kommt. Heute 7.02 Uhr. Also kommt dieses Video definitiv zu spät. Macht aber nichts. Und, ähm... Lasst mich lügen. Testen wir, ob ich da reinkomme. Dann ist nur zu dir. Prostet. Okay. Zack. So, ich brauche einen Notarzt. Notarzt. Was sagst du? Ja. So, gut. So, du kannst dich erstmal schon mal parken hier. Nee, das passt nicht. Fahr mal ein Stück zurück. Du musst parken. Park mal hier ein. Zack. Notarzt kommt dann auch gleich noch von hier, würde ich sagen. Den mit dem hier. Wieso fahren die eigentlich, egal wo es hingeht, immer hier lang raus? Die fahren nie hier lang. Obwohl, das ist ganz schön eng wahrscheinlich, ne? Daran könnte es liegen. So, das sieht gut aus. Dann lassen wir die hier mal alle einrücken. Einsatz ist abgeschlossen, würde ich fast behaupten. Fahrzeug 1 hat immer noch einen vollen Tank. Der ist auch wieder voll. Sehr geil. Läuft. Also ist das TLF das einzige... Eitelchen. Eitelchen. Was er seinen Tank voll machen muss. Doch, doch. Das ist schon geil. Das nächste Mal gehe ich einfach mit dem TLF vor. Lass es drei Mann vom TLF auslöschen. Ist schon geil. So kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Schade. Ich hätte gern, dass man da einfach so sagen kann, ja... Mach mal ab. So, mi... Nein. Minus. Du sollst den Verteiler aufnehmen, du Held. Du Held vom Erdbeerfeld. So, du holst hier mal den Verteiler. Du machst hier Minus. So, jetzt aber hier nicht Plus, sondern hier Minus. Du machst auch hier Minus. Und du machst auch... Hier Minus. So, gut, ne? Ja, auf den Weg. Minus. Minus. Geht doch. So, warte mal. Setzt euch doch mal schnell drauf. Gut. Ah, der kann auch Minus machen. Dann muss hier noch irgendwer den Verteiler aufnehmen. Ah, ich muss sagen, der Einsatz gefiel mir, muss ich sagen. So, Nodatz ist da. Kann ich erstmal parken und dann... Obwohl. Warte mal, steig mal aus. Hol mal deine Trage. Der Nodatz steigt direkt bei euch ein. Wir machen das so, das geht schneller. Als wenn ich den jetzt noch ewig da drin behandle. Daher load and go. Load and go. Fahrzeug 21. 23. Behandeln. Behandeln. Können wir das jetzt. Zack. Und wird dieser. Sehr schön. Gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Am Samstag kommt wieder eine Folge. Da könnt ihr sonst auch mal in die Kommentare schreiben, was für eine Folge ihr sehen wollt. Ob eine andere Mod oder diese Mod. Mir ist es relativ. Ich spiele alles gerne. Auf jeden Fall bis dahin. Ciao, ciao und haut rein. Warte mal, ich muss hier mal noch einmal. Das sieht ja sonst scheiße aus. Tierlauf macht Status 2. Kannst du jetzt mittlerweile auch schon spielen? Nein, kann sie nicht. Minus. Du, Status 2. Ich map, beende die Folge, wenn... Status 2. Gut. Und hier jetzt auch. Status 2. Sehr schön. Gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es ist von mir eine Ehre, äh, Korn Ehre, Video für euch gemacht zu haben. Blabiblob. Kennt ihr ja alle schon. Bis dahin und ciao, ciao.